Hallo zusammen zu einer neuen Runde Wacky Wizards. Wir zeigen euch, wie man das Robux bekommt, als Zutat. Gell, Mowkisan? Ja. Du siehst aber lustig aus. Ich hab' geforscht, halt, mach' ich mal. Und den Frosch gibt, wenn man die Goblins, so, und man muss nicht sagen, die will die was, und die muss man dann was geben, und ich weiß ja nicht mehr, was die wollen. Und dann muss man was kochen. Ja, und ich weiß nicht mehr was. Ja, das ist, jeder will da was anderes. Bei den Goblins. Na. Was für's Robux jetzt meinst du, oder was? Nee. Ja, der Frosch stimmt, der war ein bisschen schwerer. Oh. Hallo. Noch größer, noch größer. Hallo. Ist das kleiner, oder? Oh, wo man riesengroß wird. Das ist natürlich auch gut. Ja. Hier haben wir noch eine, ähm, Welt-Ingredient-Necture-Set, also die, die kann man nicht auf dem Table hinzufügen. Was? Die kann man nicht auf seinen, äh, hier auf seinem Mix-Alchemie-Tisch hinstellen, ja. Pfff. 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 Das waren die Bienen. Hier kommt man ja normal ran an Dings, das ist doch auch... Pfff. 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 Oder Bahn. Falls euch das denn damit noch gefehlt hat. Falls euch das gefallen hat und ihr TNT noch gebraucht hattet, dann lasst ein Like und ein Abo da. Vielen Dank. Juhu.